Ich spiele lieber zentral, weil ich einfach meine Stärken noch besser ausspielen kann. Ich bin ein zentraler Mittelfeldspieler, das war ich schon immer. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Was war das für ein Karp-Spiel? Es war ein Karp-Spiel, noch in Kernzeiten. Das war der Aufstieg ins Halbfinale gegen Rapid mit einem Fersler. Was war das für ein Karp-Spiel? Ich glaube, meine Stärken fliegen sicher in meiner Schnelligkeit. Ich bin, glaube ich, ein technisch ordentlicher Spieler. Ich habe eine gewisse Übersicht. Was war das für ein Karp-Spiel? Nein, eigentlich nicht. Man geht in jedes Spiel, um jetzt nicht den anderen zu verletzen. Aber man geht einfach 100% ins Spiel und konzentriert sich auf andere Sachen, als verletzt zu werden. Was war das für ein Karp-Spiel? Ich war sehr gut. Ich glaube, jeder Spieler will spielen und das in einer Stammelf. Mein Ziel ist es einfach, in einer Stammelf zu bleiben. Für das arbeite ich jeden Tag hart und ich fühle mich sehr gut. Ich habe ein Lieblingsessen zu Hause, das ist von meiner Freundin. So ein Gemüseauflauf. Und im Restaurant ist ich sehr gerne Wiener schnitzel mit Pommes. Aber mein Favorit ist der Auflaufen meiner Freundin. Was ist ein besonderes Ritual? Ein besonderes Ritual würde ich nicht sagen. Ich betritt den Rasen immer mit dem rechten Fuß zuerst. Das ist vielleicht ein Ritual. Es sind zwei, drei Minuten, die ich vor dem Spiel allein in der Dusche verbringe. Hallo liebe Red Bull Fans. Ich hoffe gegen den BRC, gegen meine Kerner-Kollegen werden wir zahlreich unterstützt von euch. Und wir hoffen auf eine super Atmosphäre.